Werde zu einer Persönlichkeit. Diesen Erfolgstipp habe ich von Ex-Handball-Superstar Stefan Kretschmer bekommen und genau darum geht es in meinem heutigen Blogbeitrag. Der Antwort auf die Frage, wie werde ich eine Persönlichkeit? Wie werde ich zu einer Persönlichkeit? Sind es die gelben Schuhe, die rote Brille, das goldene Anstecktuch, was mich zu einer Persönlichkeit macht oder sind es am Ende des Tages doch ganz andere Dinge? Finde es jetzt heraus und gehe auf www.normen-graeter.com in den Blog.